da müssen wir mal einfach mal ist jetzt mal alles erleichtern in dem park hier das noch unter zeitdruck da steht auch einer ich mag es nicht wenn ich ignoriert werde das mag ich nicht ja dann müssen wir mal hier rüber klettern ich glaube hier unten und wo waren köcher köpferchen oder ein kästchen ja hier hast du schon ein ach haben wir schon voll dann haben wir es voll lieber voll als nicht voll war voll sein ist auch nicht toll aber die bombe die kann ruhig die bombe darf ruhig entschärft sein ja alles paletti alles paletti aber nur wegen ich fürstlich entlohnt werde also ich möchte schon was davon haben aber so wie ich können muss ich das zum nulltarif machen der CBDC hat das signal sie sind unterwegs warte deckung da ja noch einer war es das immer diese heran schleicher sind die ätzend ey so jetzt sind wir mal schallgedämpfte nehmen ne ich mag es nicht so gut ich mag es nicht so gut da ist ein onkel die müssen wir mal ok das hat nicht funktioniert das bruch einer tschüss und der hat ganz ehrlich in zielen sind die nicht alle klasse also das soll nicht über arrogant rüber kommen aber irgendwie geld hätte man besser ein bisschen können ich sag's ja bloß ich hab das signal der funk anlage ihre antenne ist im park versteckt wenn du sie findest du mir eine verbindung gibst kann ich ihren auslöser lokalisieren naja lokalisier mal ein bisschen mann das ist echt nicht mein glück heute kopfschlüsse bin ich nicht mehr also gut da hätte ich da hätte ich mein training nicht oder vorher ein bisschen trainieren müssen ach mann ich hatte früher machte zu den kopfschlössen so gut drauf ja jetzt haben wir die die jetzt haben wir die nachbarn geweckt gut zu sagen doch nicht klar ein bisschen erstaunt bin ich dass noch keiner hier angehen marschiert kommt aber das sind halt die sind halt so ohne sind amateure willst du erwarten von amateuren tschüss tschüss Äh, meh! Ey! Da hinten! Ernsthaft? Äh! Normalerweise lebt er. Hauptsache die Bombe ist entschärft. Aber musste dieser Verlust sein. Er war ein so tapferer Mann. Hat sich selbstlos der Gefahr gestellt und ist dabei umgekommen. Ich werde mein Erstgeborenes nach ihm benennen. So. Auch wenn ich nicht weiß, wie er heißt. Warte mal. Aha. Da habe ich mir beinahe gedacht. Man hört es nämlich so ein bisschen tappeln. Was ist denn hier los? Sonst kommen noch nie so drei Leute. Klette oder was? Wir haben eigentlich noch eine Menge Zeit. Wir nutzen die Zeit. Wir machen die letzte Bombe. Ich glaube, das ist die letzte, oder? Oder das ist die vorletzte? Mh! Ich habe in Martin nicht aufgepasst. Pssst! Nicht weiter sagen! Der CBTC hat das Signal. Sie sind unterwegs. Warte. Wer guckt! Onkel! Gabe, alle Bomben sind entschärft. Jetzt sucht Gerdö! Ey! Doof! Warum schießt ihr auf mich? Vom einen Mann gekillt. Das ist genau das, was ich schon mal wollte. Dafür gibt es bei der Bewertung hinterher Note 6 von mir. Ich mag es nicht abgeknallt zu werden von den eigenen Leuten. Finde ich nicht in Ordnung sowas. Das wird mich jetzt bis zum, äh, wird mich den Rest des Tages verfolgen und belasten. Ich pflege immer guten Kontakt zu meinen Kollegen. Mann! Meine Fresse, sind das Armleuchter. So. Jetzt müssen wir mal die Leute hier befreien. Ich hoffe, die knallen mich nicht auch noch abzumdankt. Alter, in Kopfschlüssel bin ich so schlecht geworden. Wahnsinn. Lian, sag dem CBDC, ich hab die Geisel befreit. Bin wieder auf Mission. Roger, ich geb's weiter. Mhm, noch einer. Ich bin so eine richtige Pätze. Ich werd das dem Boss sowieso petzen, dass ich abgeknallt wurde von einem meiner Mitmenschen. Äh, auf Arbeit natürlich. Ich meine, wer wär da nicht sauer, wenn... Werdet ihr nicht auch sauer, wenn ihr abgeknallt worden werdet von euren Kollegen? Ich meine, da wär ich auch sauer. Mhm. Naja, da kommt da einer. Hahaha. Ja, da gehen wir mal zur Antenne, wa? Und tun die mal ein bisschen... Ich will die anzapfen, oder soll ich die kaputt machen? Mal gucken, was er macht. Lian, die Verbindung steht. Ich habe ein mobiles Signal, nördlich von dir. Richtung Freiheitsdenkmal beim Irrgarten. Schau mal in Römers Akte, wer sein Mann am Auslöser ist. Ich wette, diese Bomben haben einen Mobilsünder. Ich hab's. Jorge Marcos. Ich lade seine Akte in dein Funkgerät. Setz ihn auf meiner Liste. Ein Funkgerät, der Marcos heißt. Marcos oder Marcos? Ja, hier ist ihn richtig verstanden. Egal. Ich kenne ihn nicht. Aber er ist mir unsympathisch. Und schon aus dem Grund mag ich ihn nicht. Er ist mir zu unsympathisch. Obwohl ich ihn nicht kenne. Äh, äh, äh. Ist das richtig? Ja. Das wird sowieso jetzt blöd, weil der hat eine schusssichere Weste, eine gute. Und, ja. Und sich offen zeigen tut er auch nicht. Jetzt mach mal, jetzt mach mal. Jetzt mach mal Versteckspielchen. Immer das gleiche mit den Leuten da. Wissen Sie, sie verstecken? Was soll ich machen? Ich bin furchteinflößend. Schüchter, die Leute. Wow. Da ist die Hauptvirusbombe. Der CBDC soll sich bereithalten. Äh, mit meiner persönlichen Filtergeschichte hab ich's noch nie geschafft, den Typen mit einem Kopfschluss einfach so kalt zu strecken. Sonst war's immer so, dass der versucht hat, mich abzumorxen. Und ne Schuss durch die Weste hat er hatte. Hat er ja gehabt, sitzt gerade. Und, ja. Killen wollte, ne? Bin ein bisschen erstaunt. Mit dieser Entwicklung. Ey, aber was soll ich sagen? Ich hab mich weiterentwickelt. Ich bin schlauer geworden. Das muss ich ja irgendwo niederschlagen. Äh, das war jetzt, glaub ich, auch ein Eigentor. Aber gut. So. Da, 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 da. Da, da, da. Äh. Warte mal. Kann man hier raus suchen? Ich glaub, ich muss erst mal die Leute aufwachen. Aufwecken. Wuhuuuhu. Oh, ich geh wieder zurück. Jetzt sind sie wach. Tschüss. Na, da, da ist noch einer. Komm her, mein Kleiner. Das fand ich jetzt nicht berauschend, dass er mich getroffen hat. Zockt denn der da rum? So? So? Das hilft dir überhaupt nicht. Ich mach einfach so. So. Oh, 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 oh. So. 45 brauchen wir jetzt. Ich bin am Eingang. Der CBDC soll seine Leute losschicken. Schnell, Gabe. Du hast nicht viel Zeit. Dann hat Gabe sowieso irgendwann mal richtig Zeit. Das hab ich noch nie gesehen bei dem. Anton Kirtö. Ich hoffe, Römer bezahlt Ihnen genug, um für ihn zu sterben. Gabriel Lugan. Immer optimistisch. Schauen Sie sich um. In dieser Halle sehen Sie ein Mosaik mit der ganzen Geschichte der Kriege und Aggressionen Ihres Landes. Dem werden wir gleich noch mehr hinzufügen. Das glaube ich nicht, Kirtö. Hier ist Schluss. Gabi Adieu trägt ganz Körperschutz. Du musst deine Schwachstelle finden. Die kennen wir schon, ne? Die grünen den Franzosen halt mal. Franzosi. Wo sind Sie, Logan? Ja, das werde ich dir sagen. Ho, 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 ho. Das werde ich dir garantiert nicht sagen. Ja, man kann ihn ausschalten, indem man einfach die 5.14 benutzt. Das geht am schnellsten. Man kann auch die anderen Waffen nutzen. Aber schneller geht es mit 5.11. Wo sind Sie hin, Logan? Das sag ich dir nicht. Das petze ich nicht. Ich gehe dahin, wo ich will. So. Ähm. Hast keine Chance für Sie. Was meinst du? Mö. Onkel mit dem Feuer. Soll ein Lagerfeuer machen, aber doch nicht mich anzünden. Nu. Warte, nu. Warte, nu. Aha. Wieder erwischt. Du kannst nix. Ja, den treffen wir gleich noch mal. Bei den anderen Waffen würde es übrigens deutlich länger dauern. Brauchen wir mehr, äh, brauchen wir mehr, ähm, Treffer. Was ist denn jetzt? Jetzt dreht er sich um, die, die, das, ah, das find ich nicht so toll. Oh. Schön auf den Tank zielen, weil das ist das Einzige, was gegen den hilft. Das ist es nämlich. Aha. So, jetzt nochmal anders lang. Früher war er für mich ein richtig schwerer Boss, äh, Bosskampf. Aber jetzt natürlich, aha. Er ist natürlich mit mehr Erfahrung hier. Geht mal ran, ne? Da kann man natürlich viel mehr, äh, viel mehr. Skills verbessern. Okay, der kommt anders lang. Oh, 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 oh. Geht der rechts lang. Okay. Ach. Dankeschön. Gabe, alles okay? Den hat sie erwischt, Leon. Schick den CBDC her. Sag Benden, ich brauche eine Bergungstruppe. Roger. Wir haben Blutproben von Römers Leuten untersucht. Sie enthalten dieselben chemischen Verbindungen, die auch aus Pflanzen von Römers Plantage in Costa Rica extrahiert und von einer multinationalen Firma namens FACOM patentiert wurden. Laut unserem Kontakt bei der Weltgesundheitsorganisation koordiniert FACOM auch die Bemühungen der WHO, die weltweiten Virusausbrüche, aufzuklären. Römer kann eine solche Operation nicht allein auf die Beine stellen. Mit dem Arsenal muss er irgendwo eine riesige Operationsbasis haben. Wer finanziert ihn? Ich habe FACOM schon überprüfen lassen. Der Abschlussbericht hat nichts Konkretes ergeben. Wessen Bericht? Benden's? Der Mann, der unseren Fehleinsatz in Costa Rica koordiniert hat? Der Jenkins' Team auf dem Gewissen hat? Wo ist Benden jetzt? Ich habe ihn suspendiert. Also, was wollen Sie tun? Fagin veranstaltet heute Abend einen Empfang in seiner Ausstellung in New York. Ich habe die Sicherheitsdateien angezapft und Pläne für das ganze Gebäude eingesehen. Fagin weiß nicht, wer ich bin. Ich erscheine als Gast und höre ihn über einen Sender ab. Wenn es eine Verbindung gibt, finde ich's raus. Okay. Melden Sie sich in 24 Stunden wieder bei mir. Dies ist aber keine standardmäßige Abfang- und Eliminierungsoperation. Wenn Fagin mit Römer zu tun hat, will ich beide lebend. Wenn Sie einen Maulwurf finden, eliminieren Sie ihn. Lian, hier ist was faul. Fagin geht weg. Ich folge ihm. Aber Gabe, sein Signal kommt klar rein. Ich weiß, aber ich will da sein, falls irgendwas passiert. Sei vorsichtig. Wenn dich ein Wächter außerhalb des Empfangsbereiches erwischt, wird Fagin Bescheid wissen, dass du da bist. Niemand wird mich sehen. Fagin ist auf dem Weg zur Stonehenge Ausstellung. Ich prüfe Ihre Sicherheitsprotokolle. Sie haben überall Wachen postiert. Wenn Sie dich erwischen, ist die Mission vorbei.